Hallo zusammen, heute bin ich auch mal wieder raus, das Wetter ist ja super und ich habe mir den Quadmolar mit der Moonlight mitgenommen und den Speedy Bee Master 5 V2 mit dem Voxnell Pro Kit. Ja, und wenn alles gut läuft, dann kriegt ihr gleich noch ein bisschen Footage zu sehen. Bis später! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020